... Nach 37 Jahren habe ich gesehen, die Häusche von meiner Mutter und meiner Freundin Zorr-Roh, dass sie uns für einen Entfernung haben, um ein Entfernung zu haben. Die Menschen sind alle, wir sind Terroristisch. Aber wir sind nicht Terroristisch. Wir haben noch nie. Aber wir haben noch nie. Wir haben uns in der Familie gesehen. Wie war ein Fisch. Wie war ein Tier. Wir haben ihn verletzt. Wir haben ihn verletzt. Ja, ja.